Und falls ihr Interesse habt an so einem Produkt auf einer Wand, macht es ja auf große Wände, vorzugsweise große Wände und auch ganze Geschäftslokale zum Beispiel, die wirklich was hergeben wollen, Entfangsbereiche, repräsentativ, ihr könnt euch gerne bei mir melden oder auf meine Homepage www.madella-mella.com ein bisschen erkundige, was sie so macht. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen.